Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 286. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, letzte Woche gab es keine Episode. Diese Woche war es kurz davor, weil ich eigentlich nicht so richtig Bock habe, gerade zu Podcasten. Ich habe andere Sachen im Kopf. Wenn ihr zufällig meiner Frau bei Twitter folgt, dann wisst ihr das auch. Unserem Hund geht es nicht besonders gut, um genau zu sein gar nicht. Die Nieren spielen nicht mehr so richtig, wie sie sollen. Dann kommt jetzt seit kurzem auch noch Inkontinenz dazu und die Arthrose wird auch nicht besser. Das ist normal bei einem 16 Jahre alten Hund. Aber jetzt ist halt klar, dass wir nicht mehr besonders lange von ihr haben werden. Das ist eigentlich so ein Thema, was ich im Podcast nicht ansprechen würde, weil ich der Meinung bin, dass ich nicht mein komplettes Leben mit euch teilen muss. Aber der Elefant steht ja gewissermaßen im Raum. Viel mehr werde ich dazu nicht sagen. Irgendwann ist es soweit, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Und dann werdet ihr das erfahren. Und dann ist erstmal Podcast Pause, weil ich dann andere Sachen zu tun habe, nämlich mit mir selbst. Aber es gibt ja auch schöne Sachen, gute Sachen. Heute war zum Beispiel wieder so ein Tag, wo es gut gewesen wäre, wenn wir einfach unreflektiert ein Mikrofon bei unseren Gesprächen mitlaufen lassen. Es war so, dass uns ein Freund ein Video geschickt hat von so einem Foodblogger-Kanal, keine Ahnung, irgendwie was Japanisches. Und die haben so einen super, super, super fluffigen Kuchen zubereitet. Komplett ohne Kommentar, komplett ohne Musik, aber halt sehr, sehr gut mikrofoniert. Und ich habe dann halt so gesagt, das ist so ein bisschen ASMR-mäßig. Und meine Frau, die liebe Gehsche, guckte mich an und sagte, was zum Teufel ist ASMR? Und dann mussten wir uns, also musste ich mir erstmal meinen YouTube-Vorschlagsalgorithmus versauen, indem ich ihr das ein oder andere Video gezeigt habe. Für die wenigen von euch, die das mutbar ist, nicht wissen. ASMR ist ein Trend von Videos bei YouTube mit absurd hohen Abrufzahlen, wo vornehmlich junge, gutaussehende Frauen sehr leise in Mikrofone reden und dabei irgendwelche Geräusche machen, die so einen Trigger-Effekt haben sollen, die so ein Kribbeln auf der Haut erzeugen sollen. Und wir haben kurz überlegt, ob wir ein Gehsche-Reacts-to-ASMR-Video machen sollten. Es war einfach, man muss natürlich dabei gewesen sein, aber es war halt einfach witzig. Für diejenigen, die nicht wissen, was ASMR ist, hier ein Beispiel. Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Das hier ist ASMR. So, in dem Stil. Und ich stelle das auf eine halbe Stunde vor, wo Leute irgendwie so durch ihren Bart wuscheln oder durch ihr Brusthaar, Hallöchen, mit den Fingern so, keine Ahnung, oder sonst irgendwelche Geräusche machen, die so über das Mikrofon streichen. Und, ja, ich habe das, als ich das irgendwann entdeckt habe, fand ich das extrem verstörend. Ganz ähnlich hat Gehsche jetzt heute reagiert dabei, das war ausgesprochen komisch. Und ich habe ganz kurz gedacht, dass es auch mal cool wäre, ein ASMR-Video zu produzieren, aber halt irgendwie anders. Zum Beispiel einfach das Geräusch von bratendem Schnitzel in der Pfanne oder, ja, so durch mein Brusthaar streicheln. Aber ja, in der Art. Nur vielleicht auch nicht als Video. Könnte ja auch noch was sein. Nee, ansonsten war nicht viel los. Ich hatte Geburtstag. Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche bei Twitter und für die Geschenke. Also eins ist schon da von Tobias, ein Set mit zwei Minifiguren. Eine davon steht auf dem Jetski, eine auf dem Surfbrett und natürlich ist noch ein Hai dabei. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie ich das in mein Unterwasser-Diorama integrieren kann, was ich aus den anderen Lego-Sets bisher gebaut habe. Mal gucken. Und das zweite Geschenk ist noch auf dem Weg. Daniel, vielen Dank. Ich bin unglaublich gespannt drauf, was es denn ist, aber es ist noch nicht da. Aber das erwähne ich dann auch. Und das war es auch schon wieder. Ansonsten kann ich nur noch darauf hinweisen, dass es am kommenden Mittwoch, dem 7. Oktober frühmorgens, eine neue Natürlich-SH-Episode geben wird. Eine Bonus-Episode. Eigentlich möchte ich ja gerne immer abwechselnd kurze, so 5-7-Minuten-Episoden und lange ausführlich und gut produzierte Sachen machen. Aber es klappt mal wieder nicht. Denn weil Modi wirklich dramatisch krank ist, haben wir jetzt auch gesagt, wollen wir jetzt nicht irgendwo hinfahren und irgendwelche Termine vereinbaren. Das liegt jetzt also dann mal wieder auf Eis, nachdem Corona irgendwie das ganze Projekt schon ausgebremst hat. Aber das ist das Gute an den meisten Themen. Man kann sie verschieben. Das haben wir jetzt auch in diesem Fall gemacht, beziehungsweise ich muss es noch machen. Ich muss dem Interviewpartner noch absagen. Da wären wir eigentlich am 12. hingefahren. Ist auch nicht so wichtig. Erzähle ich euch, wenn wir es nachholen. Meine Güte. Ja, also am Mittwoch geht es dann um die Knicks in Schleswig-Holstein, was das eigentlich ist, wofür die gut sind und weswegen Schleswig-Holstein zu einem nicht unerheblichen Teil aus Knicks besteht. Das erzählen wir euch am Mittwoch. Und abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert. Oder bis es eine neue Episode von Jörn Schaas für einen Podcast gibt, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Das war Harlandisch. Das war Harlandisch.